Eine weitere neue World of Tanks Karte kommt in den Supertest Avenue jetzt neu dabei. Damit setzt Wargaming seine Kartenoffensive, die wir seit Anfang 2021 auf dem Supertest sehen, fort. Mittlerweile muss man sich wirklich fragen, wie viele Karten da noch kommen und was Wargaming mit diesen ganzen Karten vorhat. Ob sie wirklich da komplett die alten Karten austauschen wollen oder einfach den Map Pool extrem erweitern wollen. All das ist noch nicht so ganz klar. Wir schauen uns heute Avenue an. Eine Karte 1000x1000 Meter für die Zufallsgefechte. Und wir sehen hier eine Art Mischung aus Himmelsdorf und Highway würde ich sagen. Rein von der Anordnung, von der groben Charakteristik. Wir haben hier die Bereiche der Karte. Ich schalte mal kurz auf die Minimap. Die Minimap ist anders gedreht, aber im Grunde ändert das ja nichts an der Tatsache. Hier sehen wir die Minimap und wir besprechen jetzt mal diese einzelnen Bereiche. Punkt Nummer 1, die Heavy Lane, die große Straße, die Main Street oder halt die Avenue, wobei die Avenue auch der 5er Bereich sein könnte. Wir sehen schon, die Anfahrtsbereiche von den Cap-Punkten sind relativ kurz. Die Frage ist aber, ob die Cap-Punkte auch gleichzeitig die Startpunkte sind oder ob die Startpunkte nicht hier in diesen Ruinen, in diesen quadratischen Ruinen drin liegen. Der Bereich Nummer 2, der grüne Bereich Park mit diversen Landschaftsmerkmalen für die Medium-Panzer und für die Sniper-Panzer. So schreibt das Wargaming. Punkt 3, eine alternative Route mit einem kleinen Schloss hier im Norden, wobei das sieht man nicht aus wie ein Castle, sondern eher wie so ein Flakturm. Werden wir aber gleich im Detail nochmal anschauen. Finde ich ein bisschen schwierig, weil hier diese Trennung durch das Wasser ist und das Wasser sieht auch so aus, als ob man dort nicht einfach durchfahren kann. Das heißt, man ist hier so ein bisschen abgeschnitten vom Rest der Karte und die Karte an für sich wirkt sehr flach. Auch wenn hier sehr viele Häuser sind und vermutlich für die Artillerie es durchaus schwierig sein wird, hier an die ein oder andere Stelle zu kommen, wirkt die Karte, auch die Häuser, diese Straßen sehr offen immer noch. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das am Ende spielen wird. Insgesamt, die Bilder, die wir gleich sehen werden, zeigen auch, dass die Karte noch in einem relativ frühen Stadium der Entwicklung ist. Die Texturen sehen noch nicht wirklich gut aus, auch insgesamt die Häuser noch alles ein bisschen kantig und pixelig. Hier geht es also erstmal grundlegend um die Struktur der Karte zu entwerfen und ich glaube, wir sehen hier ein sehr, sehr frühes Stadium der Karte. Der Bereich Nummer 4 anfährt durch die 1 hier in diesem Bereich. Durch die anderen, also durch die 5 sehe ich jetzt hier keine Bereiche, wo man hier irgendwie hochkommen kann. Das ist im Prinzip der Hügel, ähnlich wie bei Himmelsdorf, auch mit einem Schloss hier oben. Und auch der soll Bereiche bieten, um in die Basis zu schießen, aber auch in den Zweierbereich. Also hier in diesen grünen Bereich rein soll es hier halt Schusskanäle bzw. Sniperpositionen geben. Vermutlich ist das so ein bisschen wie auf Karelien auch. Wer den Hügel erstmal hat, der wird da oben ganz froh sein, oder wie auf Minen, wie auch immer. Es gibt halt nur den einen Anfahrzeug, das heißt, es werden schnelle Panzer da benötigt, um am Anfang zumindest hier hochzufahren. Im späteren Spielverlauf wird das dann bestimmt noch ein bisschen anders aussehen. Und die 5er Linie, diese langen Straßen hier, hat auch so ein bisschen was von Minsk. Also es ist so eine bunte Mischung, die wir hier auf jeden Fall sehen. Eine lange Avenue, also daher hat die Karte auch den Namen, mit wenig Deckung, wie wir sehen. Und ja, es ist eine risikobehaftete Route, also man kann natürlich hier wunderbar den Gegner umgehen. Die Frage ist aber, wenn hier Gegner stehen, um die Straße abzudecken, dann kann man sich auch hier relativ schnell in eine Falle reinfahren. Wir gucken uns jetzt mal die Bilder hier so ein bisschen an. Das ist dieser Avenue-Punkt, dieser Kreuzungspunkt mit dieser Säule, die wir auch hier unten sehen. Ansonsten hier die Cap-Punkte. Hier sehen wir auch, dass die Karte noch wirklich in einem sehr frühen Stadium ist. Die Texturen sehen alle noch ein bisschen matschig aus. Da werden wir wohl noch mal auch einige Änderungen, schätze ich mal, noch sehen. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das die finale Version hier ist. Hier so ein paar Eindrücke. Natürlich erkennt man hier auch viele Häuser wieder, also Wargaming recycelt hier natürlich auch einfach 3D-Objekte. Das ist aber jetzt auch nichts Neues, das ist auch grundlegend nichts Verwerfliches. Aber man sieht natürlich hier sehr große Ähnlichkeiten zu anderen Stadtmaps, wie zum Beispiel auch Himmelsdorf oder auch ich glaube Nebelburg. Die Großgefechtskarte hat ja auch so einen Hügel und auch die Kirschen, die werden halt immer wieder neu verwendet. Hier also der Blick vom Hügel herab. Wir sehen schon, man kann halt wirklich diesen Bereich hier drüben, diesen offenen Bereich am Wasser ganz gut abdecken. Hier jetzt dieses Castle, wie sie selber schreiben. Wobei für mich das halt eher, ja, also das ist ein Flakturm. Hier nochmal der Bereich von dem anderen Cap. Hier nochmal von oben die quasi die Übersicht ohne die einzelnen Gebiete. Also man muss auch zugeben, die Auswahl der Screenshots von Wargaming, die sind manchmal gut und manchmal eher recht bescheiden. Und hier ist es so ein bisschen, ja, hier sieht man die Auffahrt aus der Mitte. Man sieht so nicht die wichtigsten Positionen, eher so einen Überblick über die Karte. Aber ich glaube auch, dass die Karte noch in einem recht frühen Stadium ist. Und wir haben ja mittlerweile auch andere Karten, wo ich denke, dass wir die eher auf dem Live-Server sehen werden. Insgesamt kann man hier noch keinen großen Eindruck gewinnen. Wir wissen halt nur, es gibt eine weitere Karte. Mich interessiert wirklich eure Meinung mal, was ihr mittlerweile dazu sagt, dass Wargaming ja nun seit Anfang des Jahres hier extrem viele neue Karten für den Supertest angekündigt hat. Was ist denn eure Theorie dahinter? Bekommen wir vielleicht im Laufe des Jahres oder vielleicht auch Anfang 2022 dann eine Kartenoffensive, dass einfach der Map-Pool extrem erweitert wird? Oder seht ihr das eher so, dass alte Karten und auch vielleicht unbeliebte Karten jetzt wirklich in den nächsten Monaten und Jahren Schritt für Schritt aus dem Spiel entfernt werden, um durch neue Karten ersetzt zu werden? Die Frage ist natürlich dann, sind die neuen Karten unbedingt besser? Das wird sich dann erst im Laufe der Zeit natürlich herausstellen. Aber was ist denn eure Theorie dabei? Größerer Map-Pool oder eher Austausch von alten Karten? Und was würdet ihr euch denn vielleicht eher wünschen? Ich denke, eine Kombination aus beiden wäre hier nicht schlecht. Es gibt genügend Schlauchkarten, die durchaus einfach weg könnten. Ich denke hier zum Beispiel an Kloster oder auch an Gletscher. Der Punkt ist aber, man kann auch im Moment nicht so wirklich einschätzen, ob die neuen Karten nicht den gleichen Schlauchscheiß auch nur bringen. Das kann man erst feststellen, wenn man die Karten wirklich selber mal gespielt hat und mal wirklich in einem normalen Gefecht einfach sieht, wie sich das Gefecht da so entwickelt. Aber insgesamt würde ich mir natürlich eine Kombination aus beiden wünschen. Das heißt, ein größerer Map-Pool, aber auch wie gesagt ein paar Karten einfach aus dem aktuellen Map-Pool entfernen. Wie hat es euch gefallen, das Video? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Mein Dank geht raus an meine kleinen und an meine großen Unterstützer, namentlich genannt sind das Eirendal, Kede und Thomas. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher Und hier Model